Hallo, toll dass du hergefunden hast. Schau doch einmal bei den Terminen nach, ob eine Radtour oder Wanderung für dich dabei ist. Es sind nur wenige Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Mauerwegtour oder die Fahrradrallye, wo man sich vorher anmelden muss. Bei den anderen Touren kommt man einfach zum Start, wenn Termin und Wetter passen.